So, meine lieben Fußballfreunde, meine lieben Sportsfreunde, ihr kennt es ja nicht anders, jetzt immer Freitag, früher immer Donnerstag, kommt ja mein Video, wo ich die Analyse mache, wen wird wohl unser Trainer, in diesem Falle Felix Magath, im nächsten Spiel aufstellen. Laut meiner Sicht, wenn ich mir die Pressekonferenz so ansehe und die Verletzten betrachte, wie wird der Gegner spielen, ich habe ja jetzt auch so eine kleine Gegneranalyse integriert, das macht sich natürlich auch ganz gut, weil ich ja einen Talk mit dem Stuttgarter hatte, von daher kann ich da jetzt auch ein bisschen über den VfB sprechen, ganz interessant. Und ansonsten tippe ich den gesamten 31. Spieltag, ey, wir haben schon mal den 31. Spieltag, es ist wirklich jetzt absoluter Endspurt in der Bundesliga, kurz vor 12, wie man so schön sagt. Darum geht es hier in dem Video, wenn euch das interessiert, bleibt gerne dran. Ja, ansonsten streamen wir heute Abend, ich gucke mal 21.30 Uhr, 22 Uhr, vielleicht auch 22.30 Uhr, also spätabends ein bisschen FIFA, Karrieremodus wieder, ich freue mich über jeden, der mit dabei ist, macht immer ganz viel Spaß mit euch, ich muss mich jetzt als Trainer auch langsam anhalten, bevor ich hier rausfliege. Und am Sonntag, für alle, die nicht ins Stadion gehen, streamen wir ab 15 Uhr auf Twitch mit Vorberichten, wir gucken uns eine Woche im Blau-Weiß an, wir gucken uns Matchday-Warmup an und talken über die Aufstellung etc., also ganz, ganz interessant. So, jetzt hinein, ja, ich habe mich da ein bisschen verkalkuliert, ich habe ja in einem Video Anfang der Woche gesagt, es seien gegen Stuttgart schon über 60.000 Tickets weg, einfach weil dann nur noch stand, dass nur noch 8.000 Tickets verfügbar sind, als ich in diesen Online-Shop gegangen bin. Da habe ich aber nicht bedacht, dass sie die oberen Blocks über dem Auswärtsblock und auch die andere Seite da vom Marathon-Tor noch gar nicht in den Verkauf gegeben hatten. Heute war die Pressekonferenz und Max Jung hat dann gesagt, ja, man rechne mit 45.000 bis 50.000 Zuschauern, trotz der verschenkten Tickets, also jeder, der noch Bock hat oder kostenlose Tickets hat und Zeit hat, geht gerne hin und unterstützt unsere Mannschaft, würde mich sehr freuen, wenn wir da zahlreich erscheinen. Aber ich verstehe es natürlich auch Sonntag, 17.30, also gerade für erwachsene Leute, die eine Familie haben, also da gibt es wirklich eigentlich keine schlechtere Zeit, als so ein Spiel anzusetzen. Aber es wird natürlich ein ganz, ganz entscheidendes Sechs-Punkte-Spiel und kann für uns das richtungsweisende Spiel im Abstiegskampf sein. Da kommen wir dann später nochmal drauf zurück, wenn ich meinen Tipp dann abgebe. Und womit müssen wir leben? Wir müssen mal wieder mit einigen Verletzten leben. Bei uns verletzt sind natürlich Schwolo und Jovetic, das war ja relativ klar, auch ein Seng bzw. ein Sona. Auch ein Li ist weiterhin verletzt, Sprunggelenkverletzung. Und jetzt kommt auch noch die Verletzung von Klünter hinzu, der im Training irgendwie auf seine Schulter gefallen ist. Dementsprechend haben wir schon ein leichtes Lazarett und müssen gucken, wie wir das klären. Denn auch Marco Richter fällt aus und damit würde ich dann sagen, gehen wir auch schon mal rein in die Analyse. Die Stuttgarter haben, da habe ich mir auch die Pressekonferenz von Pellegrino Materazzo gerade reingezogen, haben eigentlich keine Ausfälle zu beklagen, was jetzt den Stammkader angeht. Karasor und Endo hatten ja beide Corona und haben gefehlt gegen Mainz. Bei Endo sieht es wohl so aus, dass er wieder spielen wird. Bei Karasor ist man sich noch nicht sicher, da kommt es aufs heutige Training am Freitag an und die Belastungstests. Mal gucken, ob er dann spielen kann. Dementsprechend müssen wir dann sehen, wer dann aufläuft, Karasor oder eben doch Anton. Also meistens spielen sie Stuttgarter ja so. Die haben einen Torwart, eine Viererkette. Auf der linken Verteidigerseite, dann sollte er fit sein. Eigentlich immer den absolut herausragenden Sosa, der ja schon letztes Jahr eine tolle Bundesliga-Saison gespielt hat. Ganz, ganz wichtig. Aber auf den müssen wir auch ganz doll aufpassen, da komme ich später nochmal zu. Hat mittlerweile auch schon wieder acht Scorer-Punkte gesammelt, sieben Vorlagen und ein Tor selber erzielt. Dann in der Innenverteidigung, ja, in der Innenverteidigung dann Ito, der ja dann am Ende sogar unserem Marc-Oliver-Kempf den Stammplatz weggenommen hat, kurz bevor er zu uns gewechselt ist. Japaner, glaube ich. Ito, auch schon ein Saisontor. Und natürlich Mavropanos, auch auf den ist zu achten, wenn es um Standards geht oder generell um Abschlüsse. Der hat auch ein schönes Distanz-Tor gemacht. Aber auch schon wieder vier Saisontore diese Spielzeit erzielt. Und auf der rechten Seite, das ist wohl auch laut Felix, wenn wir jetzt mit einem wahren Stuttgart-Fan gesprochen haben, so ein bisschen die Schwachseite des VfB. Die rechte Verteidigungsseite. Darauf kommen wir dann noch, wenn es um meine gewünschte Aufstellung geht. Also das ist die Abwehrreihe 4. Sie spielen es in einem 4-1-4-1 oder man kann auch sagen in einem 4-3-2-1. Das heißt mit einem ganz standardisierten Sechser. Und ja, da ist jetzt die Frage, ist der Sechser denn wieder fit oder nicht? Das kann ich jetzt nicht einschätzen. Wenn er wieder fit ist, was man halt nicht weiß, dann spielen sie auf der Sechs-, also auf der Staubsauger-Position, auf der Vorstopper-Position mit Karasor. Ich weiß nicht, aber es hat sich für mich so angehört, als wenn es eher nicht der Fall sein wird. Deswegen könnte er dann Karasor durch Anton ersetzen. Dann wird auf der rechten Achter-Position quasi Endo spielen. Wo haben wir ihn? Hier. Gehe ich ganz stark von aus, so wie immer. Auf der linken dann Führig, der letzte Woche ja so eine Riesenchance vergeben hat. Aber darüber möchte ich jetzt nicht im Einzelnen sprechen, dass er gegen uns wieder ein Traumtor macht. Ja, und dann, das haben sie auch schon öfter gewechselt, den linken und den rechten Flügel. Meistens auf dem linken Flügel Mamouche, die Leihgabe vom VfL Wolfsburg. Auf den müssen wir auch ganz doll aufpassen. Pfeilschnell, auch wenn nicht immer der Abschlussstärkste, hat er trotzdem schon drei Tore und vier Vorlagen. Pfeilschnell müssen wir auch unbedingt darauf aufpassen. Ganz, ganz starke linke Seite. Dann, ja, den Wintertransfer Thiago Tomasz. Haben wir den hier? Ja, ja, Thiago Tomasz über den rechten Flügel, der ja, glaube ich, gleich in seinem ersten Spiel zwei Tore gemacht hat. Mittlerweile auch schon drei Saisontore. Und Karlajcic, der nach langer Verletzung zurück ist und zumindest auch schon wieder vier Saisontore erzielen konnte. Da geht es ja darum, dass er im Sommer wahrscheinlich weg ist. Und jetzt haben wir hier diese Aufstellung, klassisches 4-1-4-1, beziehungsweise 4-3-2-1. Und für uns gilt es ganz, ganz klar, das ist eine sehr, sehr spielstarke Mannschaft. Aber das ist auch eine Mannschaft, die gut in der Defensive steht, aber eben auch sehr, sehr gute Standards schießen kann. In der Zeit von Dardai, als auch in der Zeit von Korkut, waren wir ja unfassbar standardanfällig. Haben sehr, sehr viele Standards gegen Tore bekommen. Das hat sich ein bisschen gebessert, seit Magath da ist, aber es hat sich für meine Begriffe auch gebessert, seit Lotka im Tor ist. Also vielleicht sollte man das auch mal ein bisschen hinterfragen, weil ein Schwolo halt nie rausgekommen ist und der Abwehr auch keine Sicherheit gegeben hat. Ich finde, die Strafraumbeherrschung, manchmal ist er ein bisschen ungestüm, will zu viel, der Lotti, der Lotka. Aber das macht viel aus und wir werden es brauchen, eine sichere Verteidigung der Standardsituation. Wie gesagt, Sosa, exzellenter Freistoßschützer. Also wir sollten es tunlichst vermeiden, hier die ganze Zeit Freistoße zu verursachen, indem wir schnell Mamouche und Sosa faulen müssen. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir unsere rechte Seite zukriegen. Und das ist genau unsere Problemsituation, da kommen wir jetzt gleich drauf zu. Klar ist auch die rechte Seite mit Thomas gut, aber tendenziell haben wir über unsere linke Offensivseite eigentlich die Chance, wenn wir mit Tempo kommen, Stenzel mal ein bisschen zu überlaufen, das ist nicht so der Schnellste. Aber wir haben halt keine schnellen Flügelspieler und werden, wie gesagt, sogar noch Maolida, werden wieder mit zentralen Mittelfeldspielern auf dem Flügel spielen. Deswegen wird es relativ schwer, aber auch technisch ist Serdar natürlich ein guter. Vielleicht kommt er da ganz gut vorbei. Also ich denke mal, so wird der VfB spielen. Vielleicht, wie gesagt, Karasor, Anton oder Endo durch Mangala ersetzt oder am Führig durch Mangala ersetzt, werden wir dann sehen. Aber sonst wird es so ungefähr sein, es sei denn Mamouche und Thomas tauschen nochmal, kann auch sein, dass sie ein Spiel tauschen. Und deswegen ist jetzt die Frage, wie wird Magath spielen? Ich selber hatte schon in meinem Kopf, never change a running team oder winning team oder running system, so rum. Und das hat auch einer bei der Pressekonferenz Magath gefragt. Und Magath hat eigentlich schon selber gesagt, dass er an der Aufstellung nichts ändern wird. Er hat gesagt, er will ja auch gerne Kontinuität reinbringen. Deswegen hat er ja bisher auch nicht viel gewechselt, außer eben nach der 1-4-Niederlage im Derby. Da musste er wechseln, aber er würde jetzt nichts wechseln. Er ist nur gezwungen, weil Marco Richter die fünfte gelbe Karte hat. Er hat auch schon davon gesprochen, dass Kempf gegen seine Ex-Kollegen wichtig sein wird. Also eigentlich hat er schon verraten, wir werden 1-1 das gleiche System spielen. Das verrät natürlich Stuttgart einiges. Gerade ein Pellegrino Materazzo, der sehr viel am Analysieren ist, wird da seine Schlüsse draus ziehen und seine Mannschaft darauf einstellen. Er weiß 1-1, wie wir spielen. Er weiß sogar, mit welcher Aufstellung wir spielen. Er weiß halt bloß nicht, wer auf dem rechten Flügel Pekarik unterstützt, um eben diese Seite mit Souza und Mamouche zuzukriegen. Also er wird definitiv mit Lotka spielen. Dann linker Innenverteidiger wieder unser Kempf. Ich hoffe einfach nur, dass diese Story, die bisher so scheiße läuft, ausgerechnet wieder so eine Fußball-Story wird, wo er gegen seinen Ex-Verein trifft. Und dass das dann, sag ich mal, wie sagt man immer so schön, dass das dann der Knackpunkt war, warum er auf einmal wieder gut spielt. Rechte Innenverteidigerseite. Uh, habe ich den Falschen ausgewählt? Maolida ist nicht dabei. Rechte Innenverteidigerseite. Natürlich unser Kapitän Boyata, der für mich das beste Spiel der Saison bisher von seinen Seiten aus gemacht hat. Auch kämpferisch, auch einstellungstechnisch, auch wie er die Mannschaft mitgerissen hat gegen Augsburg. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Auch wenn ich ihn immer noch unsympathisch finde, wie er mit den Fans umgeht. Aber das ist ein anderes Thema. Es geht jetzt darum, nicht abzusteigen. Das wird unsere Innenverteidigung sein. Auf der linken Seite sollte er sich nicht noch kurzfristig verletzen. Platte, der hat super gekämpft, bringt die Standards rein. Deswegen hat er erstmal, nicht das Nachsehen, sondern das Vorsehen vor Mitti, würde ich auf jeden Fall sagen. Auf der Rechtsverteidigerposition gibt es ja jetzt wirklich gar keine Zweifel mehr. Da könntest du halt höchstens noch einen Eitschberger, ups, jetzt habe ich schon einen Björkern, einen Eitschberger hinstellen oder einen Björkern. Da wird unser Routini Pekarik spielen, der mir auch wieder super gefallen hat, auch wenn er nicht der Schnellste ist gegen Augsburg. Aber das wird natürlich ganz schwer. Mit Sosa und Mammusch, dass Pekarik da die Seite alleine zu machen kann, wird schwer. Also das wird das Entscheidende sein. Wie kriegen wir diese linke Seite von Stuttgart zu? Weil die rechte Verteidigerseite oder die rechte Außenseite für uns eher eine Schwäche ist. Und warum hat es in Augsburg so gut geklappt? Klar hat Richter nach vorne teilweise viel zu egoistisch gespielt, keinen guten Abschluss gehabt und so weiter, war zu überhastet. Aber defensiv, der rennt unfassbar viel, müsst immer darauf achten, Richter. Und der arbeitet auch mega nach hinten. Und deswegen war er auch eine mega Hilfe für Pekarik, um die Flügelposition gut zu verteidigen. Und deswegen sah zum Beispiel Pekarik auch viel besser aus als gegen Union, wo er mit Darida, der überhaupt kein Tempo mitgebracht hat, gespielt hat. Ja, und deswegen hoffe ich einfach, dass Magath da die richtigen Schlüsse draus zieht und nicht wieder Darida aufstellt. Ich habe schon wieder Angst, aber ein gutes Zeichen gibt es ja. Ich meine, Darida hat ja auch nach dem Unionsspiel generell nicht mehr in der Startelf gestanden. Er hätte ja Darida auch wieder auf die Zehn stellen können. Er hat gesehen, es klappt. Ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, dass er, also nichts gegen Darida als Menschen, wie gesagt, der hat auch schon viel für uns geleistet. Aber das wäre unser Tod, wenn der auf dem rechten Flügel spielt. Das ist dann die langsamste Seite überhaupt gegen Mamouche und Sosa. Das geht sowas von in die Hose, kann ich euch jetzt schon sagen. Dann verursachen wir ein Faulspiel nach dem anderen oder noch schlimmer, wir verursachen die Faulspiele gar nicht. Die gehen einfach an uns vorbei. Ja, auf der Sechs ist jetzt die Frage. Also wir haben ja letztes Mal ohne Niklas Stark gespielt. Da war er aber vielleicht auch nicht topfit zu diesem Zeitpunkt. Wird Niklas Stark jetzt wieder als Staubsauger agieren oder spielen wir eben wieder so wie letztes Mal? Ich glaube nicht, dass er was ändert. Ich glaube nicht, dass er Stark mit reinbringt. Ich glaube, gerade Askasibar wird Magath schon gefallen haben, wie der da gekämpft hat, auch mit seinem Turban und so. Der war ja wirklich wieder sehr, sehr bissiger Giftswerk. Genau das, was man im Abstiegskampf braucht. Vielleicht Toussaint, könnte man überlegen, ob man den wechselt. Aber Toussaint ist dann doch als Bindeglied zwischen Balleroberung und Offensivspiel ziemlich wichtig. Und das ist vielleicht jetzt nicht gerade die Stärke von Niklas Stark. Auch wenn Toussaint, also im Verhältnis zu den letzten zwei Monaten für mich das schwächste Spiel von ihm war, hat er trotzdem mega gekämpft und geackert und gearbeitet. Würde er wahrscheinlich nicht auswechseln. Ja, und jetzt in der Mitte vorne. Ich hoffe, er bleibt lange genug fit. Ich hoffe, er kann so lange wie möglich spielen. Unser Kevin-Prince Boateng. Und ich hoffe vor allem auch, dass er ansatzweise diese Leistung bringen kann, die er eben im letzten Spiel gebracht hat. Weil unabhängig von seiner Führungsposition hat er auch fußballerisch uns wirklich, wirklich, wirklich aufs nächste Level gehoben. Es wird ganz, ganz wichtig sein, dass wir den Boateng mit der Form des letzten Spiels haben in allen Bereichen. Der muss genauso gut spielen. Das war mit der Matchwinner für uns. Und gegen Stuttgart wird es tendenziell noch schwerer, meines Erachtens nach, als gegen Augsburg. Auch wenn man sagen muss, was man positiv attestieren kann. Das hat nämlich Magath auch gut analysiert. Die Stuttgarter spielen schön. Und ich bin ja schon vor vier, fünf Wochen, als Stuttgart noch auf Platz 17 war, von ausgegangen. Oder vor acht Wochen, dass Stuttgart auf gar keinen Fall absteigen wird, weil die so einen schönen Fußball spielen. Aber man muss irgendwann im Abstiegskampf eben auch mal aufhören, einfach nur den Ball ins Tor tragen zu wollen. Und einfach kämpfen und gewinnen, Siege erzwingen, Abstiegskampfmentalität. Und darauf wird es ankommen. Magath hat schon gesagt, wir werden auf jeden Fall keinen spielerischen Ansatz wählen. Das hat er wirklich so gesagt, den vielleicht Stuttgart wählen wird. Aber das ist eben die Frage. Ist das überhaupt das Richtige im Abstiegskampf? Wir müssen einfach genau so spielen wie gegen Augsburg oder wie gegen Hoffenheim, dass wir wirklich giftig sind, dass wir clever und früh genug pressen, dass wir die richtigen Fouls in den richtigen Momenten ziehen, dass wir doppeln die Gegner, wenn die angreifen, dass die wirklich gar keinen Spaß haben, Ball anzunehmen, weil sie direkt wieder einer, den auf den Fuß tritt quasi im übertragenen Sinne. Oder auch eben nicht im übertragenen Sinne. Also wir müssen zerstörerisch spielen, aber dann brauchen wir umso mehr, damit wir eben mal diese Umschaltmomente haben, diese Genialität von einem Boateng, der mal einen Hackentrick macht oder mal zwei Leute auf sich zieht oder mal clevere Fouls zieht, wo Plattenhard dann Freistöße schießen kann. Also das wird ganz, ganz essentiell. Wir werden hier keinen schönen Fußball spielen, das ist völlig klar. Wir müssen den Sieg erringen quasi. So und jetzt ist die Frage, was macht er denn jetzt? Wird er jetzt wirklich so, ich sag mal wirklich so bescheuert sein und wieder Darida da hinstellen? Das ist schon so oft schief gegangen. Ich glaube nicht, dass Magath so wenig Erfahrung hat, dass er das wieder macht. Ich hatte ja schon fast überlegt, man hätte, Klünter halte ich ja nichts von, wisst ihr ja, aber man hätte einen Klünter da hinstellen können. Da hättest du zwar eine tote Offensivseite, aber du hättest zumindest eine mega schnelle Seite, die defensiv gut verteidigen könnte, wo immer wieder Klünter vielleicht die Geschwindigkeitsdefizite von einem Pekarik ausgleichen kann. Wenn Pekarik dann wieder die technischen Unzulänglichkeiten ausgleichen kann, vielleicht von einem Klünter, das wäre ganz gut gewesen, aber ist ja jetzt verletzt. Anton Kade wurde ja eingewechselt gegen Augsburg, könnte diese Seite bekleiden, glaube ich aber nicht, dass er das macht, weil das muss man sagen, er ist ein junger Typ, ich mache ihm da keinen Vorwurf. Aber nachdem Anton Kade reinkam, lief viel mehr über die Seite von Pekarik, als vorher als Richter gespielt hat. Da hat man schon gemerkt, dass es ein Unterschied ist in der Defensivbewegung und hat am Ende auch einen dummen Freistoß noch verursacht. Kade, wenn der reingegangen wäre, es wäre eine Katastrophe gewesen. Also hat mir nach hinten einfach nicht gut gefallen, der Kade. Will auch, dass der Spielpraxis bekommt, alles gut, aber dann vielleicht eher Joker bei einem gewissen Spielstand, aber nicht von Anfang an. Deswegen ist es ganz, ganz schwer. Es könnte heute sogar so sein, dass die Aufstellung von mir genauso aussieht, wie die von Magath am Ende. Er wird wahrscheinlich in Sturm stellen Selke, weil er da auch nichts ändern wird, weil ihm Selke gut gefallen hat, weil Selke gekämpft hat. Er ist zwar immer noch nicht der Knipser, diese eine tolle Chance, die er sich herausgearbeitet hat, da muss er eigentlich ein Tor draus erzielen, hat er nicht geschafft. Aber er hat halt super gekämpft und das ist am Ende vielleicht im Abstiegskampf sogar wichtiger, als dass man technisch gut ist. Ich schätze jetzt mal, auch wenn er bisher noch gar keine Rolle gespielt hat, er wird mit Ekellenkamp auf der rechten Seite spielen und auf dem linken Flügel dann wieder unser Suat Serdar, der das tolle Tor in der letzten Woche erzielt hat. Was ich mir auch vorstellen könnte, dass er zum Beispiel Kade aufstellt, aber das würde ich, wie gesagt, nicht für gut heißen. Ansonsten haben wir halt einfach keine Alternativen mehr, weil wir haben ja gar keine Flügelspieler mehr auf der Bank. Wir haben sie einfach nicht. Es könnte rein theoretisch auch sein, das wäre aber schon wieder relativ viel Umgestelle, dass er auf die 6 Darida stellt und hierhin Tussar auf die rechte Flügelposition oder andersrum Darida. Aber ich hoffe es mal nicht. Ich hoffe, er spielt so. Das sind dann zwar keine richtigen Flügelspieler mit Ekellenkamp und Serdar, sondern eher so rechtes und linkes Mittelfeld. Aber ich schätze, das würde auf jeden Fall für mich auch noch klar gehen. So, wie würde ich aufstellen? Wie würde ich aufstellen? Also ich würde auf jeden Fall, auch wenn ich natürlich selber sage, ich würde lieber mit Gechter und so weiter spielen. Du kannst jetzt nach einem 1-0-Sieg, wo wir zu 0 gespielt haben, kannst du die Innenverteidigung nicht tauschen. Ich weiß, ich bin auch kein Freund von Kempf. Ich würde lieber mit Marton spielen, ich würde lieber mit Gechter spielen, aber das kannst du jetzt nicht machen. Du kannst nicht nach, klar kann das jetzt auch wieder zusammenbrechen, aber du kannst nicht nach so einer stabilen Leistung wieder durchwürfeln. Also so fantasiemäßig bin ich dann auch nicht unterwegs. Im Tor natürlich auf jeden Fall Lotti, ganz klar. Innenverteidigung würde ich auch, wie gesagt, ich würde lieber Marton auf lange Sicht und Gechter spielen lassen, aber es geht jetzt nicht. Du kannst es jetzt nicht mehr wechseln. Es sind jetzt nur noch drei Spiele, das müssen jetzt Gechter und Marton auf der Bank aushalten. Dann würde ich natürlich auch mit Boyata und mit Kempfi beginnen. Linker Innenverteidiger Kempf, rechter Innenverteidiger Boyata. Ich würde auf die Rechtsverteidiger-Position Päcker stellen. Da gibt es ja auch, also dieser Kader ist wirklich auch traurig. Wir haben jetzt zwar fünf Verletzte, aber ey, sorry, dass man bei fünf Verletzten, dass sich die Mannschaft da für mich eigentlich schon von selbst aufstellt und dass man gar nicht mehr so viele Alternativen hat, dass meine Aufstellung fast schon genauso aussieht wie die von Magath, weil man kaum Alternativen hat, ist eigentlich schon ein Witz. Plattenhard, so, das ist die Standard-Abwehr-Reihe, dann würde auch ich das nicht ändern. Ich würde auch mit Azkassibar und Toussaint spielen. Ich würde jetzt keinen Niklas Stark reinbringen, auch wenn er mir gegen Hoffenheim gut gefallen hat. Muss das jetzt nicht sein. Bring noch einen Toussaint rein hier, auch wenn das letzte Spiel nicht so toll war, zur Not kannst du, wenn du die Defensive, warum auch immer, je nach Spielstand stärken willst, am Ende auch immer noch Niklas Stark auf die Sechs reinhauen oder eben Marton Dadell bringen, wenn es spielerischer werden soll für Azkassibar und der Kampf sowieso genug da ist. Dann natürlich vorne auf der Zehn, Boateng, ist völlig klar, oder fast schon hängende Spitze. Und ja, jetzt würde ich es folgendermaßen machen. Jetzt sagt ihr wieder, ich bin Fanboy, aber wir haben ja sowieso keine Account-Alternativen. Ich finde, er ist zwar offensiv nicht so der Beste, aber es ist für mich immer noch die beste Alternative. Ich würde Mitty auf die linke Flügelposition setzen. Ja, so wie es Dada ja auch oft gemacht hat, Platte und Mitty ist ein ganz guter Flügel. Platte der technischere, Mitty der schnellere und flinkere vielleicht und auch teilweise noch ein bisschen kämpferischere. Wäre eine gute Seite, die wäre gut abgesichert. Vor allem kommt Mitty auch mit ein bisschen Tempo, vielleicht kann er da mal ins 1 gegen 1 gegen Stänzel gehen. Fände ich eine ganz gute Sache. Kann 1 gegen 1 auf Stände gehen, zur Grundlinie zurücklegen, auf Platte. Der flankt dann rein aus der Strafraum-Ecke oder so. Das kann ich mir ganz gut vorstellen. Und dann würde ich Suat Serdar auf die rechte Flügelposition stellen. Natürlich hat man jetzt das Problem, Suat Serdar ist jetzt auch nicht gerade dafür bekannt, selbst in seinen guten Zeiten, dass er gut nach hinten gearbeitet hat. Er kämpft zwar, aber er steht dann oft dumm, muss ich sagen, im Defensivverhalten oder geht nicht beherzt genug in Zweikampf, dass er mal grätscht oder so. Und gerade gegen diesen Sosa und Mamouche, ich weiß nicht, ob das das perfekte Match ist, Serdar und Pekic. Also Serdar muss auf jeden Fall mega eingestellt sein, dass er so spielt wie ein Richter, dass er wirklich mega kämpft. Oder man probiert mal was ganz anderes aus. Man probiert einfach mal Mitti auf die, klar, er ist ein Linksfuß, aber Serdar spielt ja auch als Rechtsfuß auf der linken Flügelposition. Das macht ja jetzt auch nicht so einen großen Unterschied. Man könnte, um die defensive Stabilität gegen diese starke Seite zu haben, dann ist die halt offensiv auch nicht so mega stark, ist ja nicht schlimm. Und man hat links die offensiv stärkere Seite, wo Serdar dann gegen den langsameren, der ist jetzt auch nicht schlecht, aber gegen den langsameren Stenzel geht und Mitti und Pekic dann gegen die starke linke Seite der Stuttgarter machen. Also das wäre egal, kann man auch im Spiel tauschen. Ich würde auf jeden Fall für die linke und rechte Flügelposition Mitti und Serdar aufstellen. Und tatsächlich würde ich wirklich, glaube ich, mit Selke spielen, weil er einfach letztes Mal so gekämpft hat. Vielleicht würde ich, ich bin wirklich, also ihr wisst ja, ich werde ja als größter Selke-Hater überhaupt bezeichnet. Vielleicht würde ich Belfodil später dann bringen, je nachdem wann Boateng nicht mehr kann und probieren mit Belfodil einfach mal auf so einer hängenden Spitze Position zu spielen, weil Bälle verteilen kann er eigentlich. Wüsste jetzt nicht, warum er die Position nicht bekleiden kann. Man muss nicht unbedingt, wenn man Belfodil bringt, Selke rausbringen, aber Selke bringt er zum Abstiegskampf, auch wenn er nicht der Goalgetter ist, den Kampf mit rein. Und er hat letztes Mal wirklich gut gespielt. Er hat wirklich gut gespielt. Er hat auch das Tor mit eingeleitet. Er hat Bälle gut abgelegt. Und das, was sich ja immer über ihn beschwert hat, er gewinnt keine Kopfballduelle, er kann keine Bälle festmachen, hat er alles gut gemacht. Vielleicht hat ihm auch die Kombination mit Boateng gut getan. Vielleicht liege ich am Ende auch falsch und man sollte lieber Belfodil aufstellen. Aber ich finde, in so einem Abstiegskampf muss ich dann auch über meine Sympathien springen und sagen, nur weil ich jetzt Belfodil fußballerisch besser finde, vielleicht hat Selke gerade einfach das Momentum. Vielleicht hat ein Kämpf um Bojata einfach gerade das Momentum. Ihr wisst ja, dass ich eigentlich lieber Marton, Gächter und Belfodil da sehe. Aber so, wie wir jetzt gespielt haben, kann es das eigentlich nicht groß ändern. Und ich würde auch die einzige Position, die ich ändere, eben Marco Richter sein. Und da würde ich Mitti für reinbringen, weil der eben defensiv gut unterstützen kann. Ja, schreibt mir mal eure Meinung in die Kommentare. Wie würdet ihr spielen? Was glaubt ihr, wie Magath spielen wird? Und würdet ihr auch nur eine Sache verändern oder würdet ihr mehr verändern als beim Spiel gegen Augsburg? Würde mich sehr interessieren. Ich finde, hier so bei der Aufstellung ist er auch ganz gut ausgewogen. Wir sind nicht zu defensiv, dass man sagt, ja, jetzt haben wir nur noch Defensiv auf dem Platz. Auch wenn Mitti natürlich eigentlich als Abwehrspieler gilt, aber hat er ja schon bei Dardai sehr, sehr häufig Flügel gespielt. Wir haben mit Boateng, Serdar und Selke auf jeden Fall offensiv ausgerichtete Mitti dann eigentlich auch noch. Also wenn er auf der Position spielt, dann ist er auch offensiv ausgerichtet. Nicht so wie gegen Union, wo wir so defensiv agiert haben. Würdet ihr defensiver agieren? Also ich würde es eigentlich nicht machen. Ich finde, so hat die Chemie schon ganz gut gestimmt. Und so würde ich aufstellen. Wie gesagt, würde mich interessieren, was ihr da machen würdet. Genauso wie bei den Tipps. Mich würden natürlich auch eure Tipps wahnsinnig interessieren. Die Bundesliga startet heute mit dem Freitagabendspiel. Letzte Woche gab es ja am Karfreitag kein Freitagabendspiel. Um 20.30 Uhr. Wolfsburg gegen Mainz. Also Mainz auswärts ist ja jetzt nicht so das Dolle. Wolfsburg absteigen werden sie, glaube ich, nicht mehr. Auch wenn sie nur noch fünf Punkte Vorsprung haben. Aber ich glaube, die werden sich wieder durch irgendwie so ein 2-1 gegen Mainz jetzt endgültig saven. Auch wenn ich von Kohfeldt natürlich nichts halte. Aber die haben immer noch super Fußballer. Und Mainz ist einfach mega auswärts schwach. Und für Mainz geht es auch eigentlich um nichts mehr. Kann mir nicht vorstellen, dass die oder Frankfurt das noch schaffen. Leipzig gegen Union. Die Neuauflage vom Mittwochspiel in Leipzig wieder. Aber man muss sagen, Union hat wirklich wieder fantastisch gespielt. Also die überraschen mich immer wieder. Ich hätte nicht gedacht, dass sie nach den Abgängen von Marvin Friedrich, Andrich und jetzt auch noch Max Kruse noch so einen guten Fußball weiterhin spielen. Dass immer wieder sich ein neuer Topmann auftut. Jetzt ist es Prömel, der mit einer unfassbaren Saison auftrumpft. Der wechselt ja auch im Sommer. Aber da wird sich wahrscheinlich wieder ein neuer auftun. Ich habe keine Ahnung. Also sie haben eigentlich auch die Chance zwischenzeitlich in Leipzig auf 2-1 gehabt. Das war echt knapp. Und Leipzig ist ja eigentlich die Mannschaft der Stunde. Die spielen fantastisch im Fußball und die haben es ihnen so schwer gemacht. Ich glaube trotzdem, dass in der Liga Leipzig einfach zu heiß auch gerade ist. Und mit 2-0 dieses Mal gegen die Unioner gewinnen wird. Auch wenn es für die Unioner noch um die direkte Europa-League-Teilnahme geht. Ja, Frankfurt gegen Hoffenheim. Ich weiß nicht, ist das ein Derby? Auf jeden Fall sind sie nah aneinander. Frankfurt relativ heimschwach in der Bundesliga, muss man sagen. Verhältnismäßig. Eigentlich sehr enttäuschend. Die können jetzt nur noch in einen internationalen Wettbewerb kommen, wenn sie die Europa-League gewinnen. Das wäre natürlich geil, dann sind sie in der Champions League. Aber irgendwie fände ich es schon geil, wenn die international spielen, weil die uns einfach international gut vertreten, was die Fünf-Jahres-Wertung angeht. Was bei anderen Klubs leider nicht so der Fall sein würde. Hoffenheim, ich weiß nicht, straffen die sich jetzt nochmal? Die hatten eine absolute Durststrecke, nachdem sie gegen uns 3-0 verloren haben. Vorher waren sie auf Champions-League-Kurs. Jetzt kämpfen sie gerade um die Conference- bzw. Europa-League. Sehr, sehr schwer zu tippen. Frankfurt auch gerade wieder verloren. Hat vielleicht eher die Europa-League im Kopf als alles andere. Ich glaube, das wird ein 1-1. SC Freiburg gegen Gladbach. Freiburg kämpft ja wirklich noch um die Champions-League-Teilnahme. Bei Gladbach ist ja eine sehr, sehr unzufriedenstellende Saison für alle Beteiligten. Es wurde jetzt unter der Woche wieder Gerüchte laut, dass Ali Hütter sich mit der Mannschaft sogar verworfen hat. Ich weiß nicht, was da los ist. Ich glaube auf jeden Fall, dass die Freiburger zu stark sind und zu Hause in ihrem Run 2-1 gewinnen. Ja, ganz, ganz entscheidende Partie für uns. Köln gegen Bielefeld. Wie würde ich ausrasten, wenn Bielefeld da jetzt durch den Trainer-Effekt einen Punkt holt? Torwarttrainer ist jetzt bei den Trainern. Stellt euch mal vor, das wäre bei uns der Fall mit Menger. Das wäre echt lustig bzw. sehr, sehr gruselig. Ja, Bielefeld. Wie sollst du das jetzt einschätzen? Kommt der Trainer-Effekt? Verpufft der direkt wieder? Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe einfach nur, dass Köln so heiß ist. Auf die Europa League mit Steffen Baumgart zusammen. Das ist 2-1 oder vielleicht sogar 2-0 zu Hause gewinnt durch Tore von Modest. Greuther Fürth gegen Leverkusen. Die werden ihren Abstieg leider perfekt machen. Ich gehe davon aus, dass Leverkusen unbedingt Champions League spielen will und dementsprechend ganz knapp auswärts mit 1-0 gewinnt in Fürth. Auch wenn Fürth die letzten Wochen wirklich erhobenen Hauptes gespielt hat und immer wieder mal Punkte geholt hat und auch tolle Leistungen gebracht hat, wird Leverkusen das Ding gewinnen, gehe ich von aus. Bayern-Tortmund, also viele Entscheidungen am Wochenende. Wenn Bayern gewinnt, sind sie Meister und das wird meines Erachtens passieren. Es wird wieder so typisch so ein Versagerspiel von Dortmund, glaube ich, wo Bayern 4-0 gewinnt. Bochum gegen Augsburg. Ja, da muss er eigentlich schon für Bochum sein, wenn man ehrlich ist. Ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, dass Bochum noch richtig heiß darauf ist, den quasi nicht Abstieg endgültig zu besiegeln. Die haben ja jetzt schon 36 Punkte, also eigentlich kann da nicht mehr groß was passieren. Aber mit einem Sieg zu Hause, und sie sind ja mega heimstark gegen die Augsburger, könnten sie das für mich quasi, ich weiß gar nicht, das ist dann rechnerisch sogar perfekt, könnte sogar rechnerisch perfekt dann sein, je nachdem wie die anderen spielen. Auf jeden Fall wäre das ein ganz großer Schritt. Und Augsburg wäre es die dritte Niederlage in Folge, dann könnten sie nochmal richtig in Abstiegsstrudel gelangen. Ich sage ehrlich, vielleicht würde ich unentschieden eher tippen, aber mit meiner Hertha-Brille tippe ich natürlich, hat schon immer im Bochum Bett geschlafen, 2-1. Auf die Bochumer, die uns Schützenhilfe leisten. Und jetzt das entscheidende Spiel. Das entscheidende Spiel, also ich sage euch ehrlich, beim letzten Spiel, habe ich es ja gesagt, da habe ich gegen Hertha getippt. Und auf einmal gewinnen sie wieder. Immer, wenn ich auf Hertha tippe, verlieren sie. Immer, wenn ich gar nichts mehr auf Hertha setze, gewinnen sie. Hoffenheim, Augsburg. Danach denkt man, ey, wenn sie jetzt einfach so weiterspielen, dann werden sie das nächste Spiel wieder gewinnen oder zumindest unentschieden spielen und dann verlieren sie wieder. Also eigentlich wäre es aberglaubensmäßig fast besser, wenn ich auf den VfB Stuttgart tippe. Aber das bringt mein Hertha-Herz nicht rüber. Ich glaube, wenn ich neutraler Beobachter wäre und kein Hertha-Fan, dann würde ich ohne Scheiß auf einen 2-1 für den VfB oder einen 3-1 für den VfB tippen. Aber das kann ich einfach nicht übers Herz bringen. Dementsprechend tippe ich ein 1-1, was uns vielleicht sogar mehr helfen würde als den Stuttgartern. Ihr könnt euch hier die Tabelle anschauen, wenn wir 2-1 gewinnen würden. Rein theoretisch. Dann hätten wir vor dem VfB 4 Punkte Vorsprung. Wir hätten vor Arminia Bielefeld 6 Punkte Vorsprung. Und dann würde eigentlich schon unentschieden gegen Bielefeld reichen. Und wir wären so gut wie in der Relegation sicher. Bei einer Niederlage hingegen sieht es ganz bitter aus. Dann sind wir nämlich wieder auf Platz 16. Und der VfB hat 2 Punkte Vorsprung vor uns. Und der VfB hat noch die bessere Tordifferenz. Das heißt, man müsste eigentlich 3 Punkte aufholen. Also Niederlage können wir uns auf gar keinen Fall leisten. Mit dem Unentschieden könnte ich leben. Das Unentschieden zum 1-1 tippe ich auch. Aber ganz ehrlich ist alles offen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die Stuttgarter wieder gewinnen und wir wieder so eine richtige Kackleistung bringen. Ich hoffe es nicht. Ich wünsche es mir sehr, dass ich falsch liege und wir einfach genauso spielen wie gegen Augsburg und Hoffenheim und einfach mal gewinnen und einen Riesenschritt in Richtung Klassenerhalt machen. Auch wenn dann auch noch nicht alles getan ist. Das wünsche ich mir sehr. Aber naja, was ihr hier auf jeden Fall seht, sollte Augsburg verlieren und alles so laufen, ist auf jeden Fall Augsburg auch noch mittendrin im Abstiegskampf. Die haben dann nur 3 Punkte Vorsprung vor dem VfB. Und gut, die können natürlich noch das letzte Spiel gegen Reuter Fürth bestreiten. Ob so das gewinnt, ist eine andere Frage. Fürth, wie gesagt, verabschiedet sich auf jeden Fall sehr, sehr ehrenhaft. Es ist die absolute Crunch-Time, wie man heute Neudeutsch immer so schön sagt. Es ist absolut aufregend. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, wie wir auflaufen. Es regt mich richtig auf, dass wir ja Sonntag spielen. Ich kann es eigentlich gar nicht mehr abwarten. Ich freue mich auf euch im Stream, aber ich freue mich umso mehr über alle, die eben nicht im Stream sind und dafür im Stadion unsere Mannschaft anfeuern. Gebt alles. Und ja, drücken wir ganz, 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 ganz doll die Daumen, dass wir es irgendwie noch schaffen. Ich wünsche euch ein zauberhaftes Wochenende. Ich muss jetzt noch arbeiten. Wir sehen uns später auf Twitch. Danke für euren Support. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Macht's gut, Edelmänner. Und ich bin wirklich bei diesen Videos, genauso wie nach dem Spieltag, bin ich besonders gespannt auf die Kommentare. Immer bei diesen, wie würdet ihr aufstellen, wie würdet ihr tippen, interessiert mich das immer sehr. Also es interessiert mich immer, aber da antworte ich auch am meisten. Und mich interessiert halt auch immer sehr nach dem Spiel, was ihr für Noten geben würdet und wie ihr das Spiel gesehen habt. Natürlich antworte ich auch bei den anderen Sachen, aber am Wochenende habe ich sowieso mehr Zeit, auf Sachen zu antworten. Und deswegen freue ich mich da über jeden Kommentar. Macht's gut, ihr Edelmänner. Bis spätestens Sonntag auf Twitch oder auf YouTube. Macht's gut. Bis dann. Achso, übrigens noch mein Talk mit Felix, dem Stuttgart-Fan. Kommt morgen dann auch auf YouTube für alle, die kein Twitch-Abo haben und sich das da nicht angucken konnten. Kommt's morgen auf YouTube. Bis dann. Ciao. 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 Ciao.